Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werde ich euch mal zeigen oder sagen, worum geht es überhaupt in Rise of Kingdoms. Zunächst sollte man sagen, Rise of Kingdoms ist ein Kriegsstrategiespiel. Wer jetzt gedacht hat, das ist ein Farmspiel, der liegt hier falsch. Farmen kann man zwar hier auch, allerdings ist das nicht bestandteil, ist das nicht fester Bestandteil dieses Spiels, sondern es geht grundsätzlich um Krieg. Ich betone das deswegen, weil es einige Leute gibt, die denken, das wäre ein Farmspiel. Vermutlich, wenn man sich so die Statistiken anschaut. Zunächst einmal habt ihr hier natürlich eure eigene Stadt. Diese Stadt könnt ihr leveln, von Level 1 bis maximal Rathos Level 25. Ihr könnt in eurer Stadt die Gebäude leveln. Durch das Leveln eurer Gebäude habt ihr immer Vorteile. Ob es jetzt fürs Ressourcen bekommen, oder für den Kampf ist, oder für andere Dinge. Um die Gebäude leveln zu können, braucht ihr Ressourcen. Das sehen wir hier oben. Ohne die könnt ihr keine Gebäude leveln. Ihr könnt eure Gebäude auch beschleunigen, dass die schneller fertig sind. Dafür braucht ihr Speedups, Beschleuniger. Und sobald der Bau fertig ist, sind wir hier jetzt ein Level aufgestiegen. Von 16 auf 17. Grundsätzlich geht es nicht darum, das Lager aufzuwerten, sondern das Rathaus. Und hier braucht man gewisse Sachen, Voraussetzungen, um das Rathaus zu pushen. Also man muss in dem Zuge andere Gebäude aufleveln. In diesem Fall hier ist das die Mauer. Und um die Mauer zu leveln, benötigt ihr Ressourcen. Um Ressourcen zu bekommen, müsst ihr Ressourcen sammeln gehen. Dazu schickt ihr Farmer raus, um sammeln zu können. Die Zeit des Sammelns ist unterschiedlich von dem Level der jeweiligen Ressourcen-Pits. Hier haben wir 1 Minute und 50. Weil dort aber auch relativ wenig drin ist. Neben den Sammeln habt ihr auch die Möglichkeit, sogenannte Barbaren anzugreifen. Das hier sind Barbaren. Und das sind KI. Also CPU-Spieler. Das ist keine reale Person, sondern das ist vom CPU. Und die könnt ihr angreifen. Das seht ihr hier einmal. Wenn ihr diesen Barbaren besiegt habt, bekommt ihr dafür Belohnungen. Das sehen wir hier unten. Kill-Belohnungen. Allerdings sind die Barbaren Level von Level 1, das ist das niedrigste und das höchste Level, was man erreichen kann, ist im normalen Königreich Level 25. Grundsätzlich geht es darum, dass ihr eure Stadt so hoch wie möglich pusht. Rathaus Level 25 ist natürlich das Beste, was ihr erreichen könnt. Wenn ihr gekämpft habt, müsst ihr natürlich eure Truppen hier auch heilen, weil sie haben ja auch Schaden bekommen. Dafür gibt es Hospitäler. Alle Gebäude, die ihr hier sehen könnt, können gelevelt werden, bis auf einzelne Ausnahmen wie zum Beispiel die Poststation oder die Hinweistafel oder Dekorationen. Ihr habt hier auch Ausbildungsstätten, wo ihr Soldaten ausbilden könnt. Je mehr Soldaten ihr habt, umso mehr habt ihr für den Kampf im Krieg. Ich habe soeben Soldaten von mir abgezogen, beziehungsweise aus meiner Kaserne geholt. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich neue Soldaten ausbilden. Auch das kostet mich wieder Ressourcen. Es gibt verschiedene Level von T1, also Truppen 1 bis Truppen 5. Das wären dann diese hier. Ich bin hier auf T3. Das sollte es jetzt aber grob erstmal gewesen sein. Ihr könnt hier Ressourcen auch einsammeln. Dafür baut ihr diese Ressourcen-Gebäude, also Herstellungsgebäude. Da kriegt ihr Stein, Gold, Holz und Nahrung. Das sammelt ihr ein zusätzlich zu dem Sammeln, was ihr mit euren Kommandanten sonst macht. Zusätzlich könnt ihr aber auch gegen richtige, reale Gegner kämpfen, wie ich euch jetzt hier einmal zeige. Das hier sind reale Gegner, gegen die ich da kämpfe. Und die könnt ihr schlagen. Je stärker ihr seid, je größer ist natürlich der Vorteil gegenüber anderen. Wenn die anderen stärker sind, habt ihr meistens auch das Nachsehen natürlich. Hier kämpfe ich gerade gegen mehrere Gegner, das heißt gegen mehrere Leute. Je nachdem, wie gut eure Kommandanten gelevelt sind, habt ihr natürlich auch die besten Möglichkeiten aus einem Kampf siegreich herauf hervorzugehen. Hier habe ich diese Gegner besiegt. Man kann natürlich auch dazu sagen, dass niemand einen Kampf alleine gewinnen kann, sondern dass man dafür natürlich auch Leute braucht, die einen dabei unterstützen. Und zwar gibt es dafür ein Bündnis, wie ein Clan. So, und da hat man dann eine gewisse Anzahl an Leuten, die einen dabei unterstützen. Wie hier zum Beispiel sind das 65 Mitglieder. Das heißt, das sind 65 normale Spieler, reale Spieler, mit denen ihr zusammen kämpfen könnt, gegen andere Bündnisse oder auch vereinzelte Personen. Jedes Bündnis hat eine Zentralfestung. Das ist das Hauptgebäude von einem Bündnis generell selber. Und wenn dieses Bündnis, wenn dieses Zentralfestung zerstört ist, dann hat man rein theoretisch den Krieg verloren, vorerst. Anhand dieser Zentralfestung kann man Gebiet aufbauen. Das macht man mit Flaggen. Und das Gebiet kann man somit vergrößern. Je größer das Gebiet ist, je mehr Dinge man eingesammelt hat, mit Dinge meine ich Ressourcenfelder, weil Ressourcenfelder sind sehr wichtig, damit man überhaupt Flaggen bauen kann. Hier haben wir beispielsweise Gold. Hier haben wir noch einmal Gold. Hier haben wir Holz. Und es gibt davon vier verschiedene. Das können wir hier einmal sehen unter Lagerhaus. Es gibt hier auch Bündnisproviant, Bündnisholz, Bündnisstein und Bündnisgold. Und je nachdem, wie viele Flaggen man baut, benötigt man diese. Und die Flaggen werden von Mal zu Mal teurer, wie man hier sehen kann. Hier gab es zu Anfang nur Nahrung und Holz. Dann kam Stein dazu und bald wird auch Gold dazukommen in diesem Bündnis hier. Zusätzlich gibt es gewisse Altare oder Gebäude, die man einnehmen sollte als Bündnis, um sich selber stärker zu machen. Also das ganze Bündnis. Hier gibt es einen Kommandanten-Erfahrungszuwachs von 10%. Das ist, je nachdem welchen Altar oder Heiligtum man einnimmt, variiert das. Wenn wir jetzt mal hier gucken, hier hat man ein Marchtempo von 5%. Das heißt, die Truppen sind dann schneller. Davon gibt es gewisse Level-Anzahlen. Und zwar, das sind die Level 1er, die nennen sich Heiligtümer. Und dann gibt es hier auch einmal Level 2er. Das sind Altare. Und hier haben wir einen Truppenangriff von 3%. Altare sind erfahrungsgemäß immer besser als Heiligtümer, weil sie einen stärkeren Buff geben. Daher, wenn es ein Bündnis gibt bei euch in der Zone, das stärker ist, wird dieses Bündnis alle Altare einfordern. Hier in der Zone bei uns ist das WR 47. Sie haben bereits hier an das Heiligtum, an den Altar herangebaut. Dort ebenfalls. Das seht ihr an den Goldenen. Hier auch. Hier wird es zum Krieg führen mit WPR, um an diesen Altar heranzukommen. Und hier sind sie ebenfalls dran. So. Wenn sie alle diese Altare eingesammelt haben, sind sie das stärkste Bündnis hier bei uns in der Zone. Wir sehen hier oben rechts einmal die Karte. Das ist das komplette Königreich. Das erstreckt sich über mehrere Gebiete. Wir kommen am Anfang nicht in das Gebiet hier nebendran rein, weil das durch Pässe blockiert ist. Wenn diese Pässe öffnen, können wir diese Pässe angreifen und können dann auf die andere Seite des Passes, in die andere Zone rein. Zu Anfang wird es immer so sein, dass man in die nebenliegenden Gebiete reinkommt. Das heißt hier zum Beispiel in das Gebiet Mitte rechte Seite und hier oben in das linke obere Gebiet halt. Es geht aber letzten Endes darum, in der Mitte am Ende das Hauptgebäude des Königreiches einzunehmen, und zwar den verlorenen Tempel. Sobald dieser Tempel eingenommen wurde, ist das Bündnis, welches führend ist oder welches diesen verlorenen Tempel einnimmt, König. Und der König herrscht über das ganze Königreich. Jede Zone, jedes Gebiet, alles. Der König ist natürlich auch dafür zuständig, dass es hier in diesem Königreich vernünftig alles geregelt wird. Denn es geht nicht darum, wer hat hier das Sagen, wer ist hier der Beste, wer ist hier der Stärkste. Im Endeffekt geht es darum, als Königreich zusammenzuwachsen und ein großes Ganzes zu werden. Wie ich euch zum Anfang gesagt habe, Rise of Kingdoms ist ein Spiel, wo es um Krieg geht. Aber es ist auch ein Strategiespiel. Daher ist es wichtig, dass man gerade am Anfang die stärksten Leute in ein Bündnis reinbekommt und ein starkes Bündnis hat. Nun sind jetzt hier auf diesem Königreich, in diesem kompletten Königreich, weit mehr als 1000 reale Mitspieler. Dieses Königreich ist aber nicht das einzige Königreich, denn es gibt mittlerweile über 1450 Königreiche mit jeweils sehr vielen Spielern im Königreich. Das geht schätzungsweise von 20 Mitgliedern, also 20 Leuten, bis hin zu bestimmt 5000 pro Königreich. Das ist jetzt nur schätzungsweise. Es sind auf jeden Fall weit mehr als 1000 Mitglieder in einem Königreich möglich. Und letzten Endes geht es darum, dass die drei stärksten Bündnisse oder vier stärksten Bündnisse, die dann diese Zone hier in der Mitte erreicht haben, zusammen ins KVK gehen. Und KVK ist das, worum es hier in diesem Spiel grundsätzlich geht. KVK bedeutet Kingdom vs. Kingdom. Durch Erweiterung in einem Bündnis kann in einem Bündnis bis zu 155 Mitglieder Teil des Bündnisses sein. Wenn man das sich jetzt mal auf vier Bündnisse aufteilt, sind das mehr wie 600 Personen, die ins KVK gehen können. KVK ist eine eigene Map, wo man hin porten kann. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man mehr wie 1000 Leute auf dem Königreich hat, aber nur 600 in den Bündnissen reinkommen, was ist mit dem restlichen? Genau das ist die Thematik. Wenn vier Bündnisse in das KVK gehen, dann müssen die stärksten Spieler aus den jeweiligen Bündnissen im ganzen Königreich in die Hauptallianzen reingehen, also wechseln. Und dort zusammen mit den anderen kämpfen, als Königreich oder für das eigene Königreich. Das kann man sich in etwa so vorstellen, wie bei uns hier in Deutschland, dass Leute aus verschiedenen Dörfern oder Städten zusammen in den Krieg ziehen und Deutschland repräsentieren. So ist das hier im Spiel ebenfalls. Im Hauptbündnis kommen alle Leute zusammen, die die stärksten sind und kämpfen zusammen für euer Königreich in diesem KVK um Ruhm, Ansehen und Belohnung. Und das hier ist einmal dieses besagte KVK. Hier gibt es, also das ist eine gleiche Karte in etwa so wie die, die ihr aus dem Heimatkönigreich kennt. Und es gibt hier gewisse Zonen. Wie wir hier sehen können, oben die Zone, Benguela, ist ein ganzes Königreich. Wie man hier sehr gut erkennen kann, ist der Platz nicht wirklich groß. Ihr müsst ihr es bedenken, ein ganzes Königreich in so einer kleinen Zone, das so groß ist wie ein Gebiet, wenn nicht sogar deutlich kleiner, muss alles da reinpassen. Von daher ist es ganz sinnvoll, wenn maximal vier Allianzen dort in einer Zone sind. Hier sieht man das auch sehr gut eingeteilt, grundsätzlich. Wir können uns mal die anderen Zonen angucken. Es gibt nämlich insgesamt, gibt es acht Zonen oder Gebiete, in denen Königreiche sind. Hier haben wir ebenfalls vier Bündnisse. Hier haben wir auch vier Bündnisse. Hier haben wir fünf Bündnisse, sechs sogar. Allerdings sind da nur vier Stück, beziehungsweise vier Stück, die ein bisschen größer sind und zwei, die nur ein minimal kleines Gebiet haben. Hier haben wir ebenfalls vier Bündnisse. Hier haben wir dann wieder fünf Bündnisse. Vier und ein kleines bisschen. Und hier haben wir sechs Bündnisse. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der König oder die Leiter des Königreichs das Ganze handhaben. Wenn der König sagt, wir möchten gerne nur vier Bündnisse im KVK mitnehmen, dann werden nur vier mitgenommen. Wenn aber sechs mitgenommen werden sollen, dann kann man auch sechs mitnehmen. Aber wie man sehen kann, man kann das ganz gut unter vier Bündnissen aufteilen. Hier ist genau das gleiche Prinzip wie im eigenen Königreich. In der Startzone haben wir einmal hier mit vier gekennzeichnet Gebäude, die man ebenfalls einnehmen kann, wie im eigenen Königreich die Heiligtümer. Nur hier sind das Kreuzritterlager. Diese Kreuzritterlager geben einem ebenfalls einen Bonus. Und dann hat man in der eigenen Zone ein weiteres Gebäude, das ist die Kreuzritterfestung. Und die gibt einem dann ebenfalls nochmal Boosts. Ziel ist das Ganze natürlich hier ebenfalls in die Mitte zu kommen, um dort im Endeffekt Herrscher über das ganze KVK zu sein. Das KVK geht allerdings immer um die 50 Tage und es gibt massiv, massig viele Belohnungen, die man bekommen kann. Nach 50 Tagen ist das KVK dann vorbei und man kehrt wieder auf sein Heimatkönigreich zurück. Da kann man natürlich während des KVK jederzeit auch wieder zurückporten und wieder ins KVK. Aber im KVK gibt es grundsätzlich deutlich bessere Belohnungen, bessere Sachen. Wenn wir uns das mal hier angucken. Im Heimatkönigreich kriegt man bis zu Level 25er Barbaren, wie ich ja eben gesagt habe. Und hier geht das bis auf 30 Barbaren, beziehungsweise wenn wir jetzt mal ins Kingsland, so nennt sich das, Land des Königs, schauen. Hier geht das auch nochmal deutlich höher. Wir sehen hier Level 37er und das geht sogar bis Level 40er. Hier. Bei den Ressourcenfeldern ist das genauso. Im Heimatkönigreich geht es bis Level 6 und im KVK geht es bis Level 9. Durch die Einnahme von Pässen oder Gebäuden bekommt man immer wieder Belohnungen. Durch andere Dinge natürlich ebenfalls. Aber im KVK ist das Ganze am lukrativsten im Vergleich zu irgendetwas anderem. Daher ist alles immer und jederzeit auf KVK ausgelegt. Zu den jeweiligen KVKs gibt es aber auch unzählige andere Events, die man spielen kann. Wie zum Beispiel Truhe des Osiris. Bei Truhe des Osiris geht es darum, dass eine begrenzte Anzahl an Spielern aus eurem Bündnis gegen bestimmte begrenzte Anzahl anderer Spieler aus einem anderen Bündnis antreten kann. Das kann dann bis zu 30 Leute gegen 30 Leute sein. Ebenfalls auf einer eigenen Map, die ich euch hier einmal grob zeigen kann. Hier geht es ebenfalls darum, Gebäude einzunehmen und die Truhe des Osiris zu erobern. Euch das aber näher zu erklären, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Dazu wird es in der Zukunft wahrscheinlich mal ein weiteres Video von mir geben. Aber wie bereits angesprochen, es gibt noch einige andere Events, die man spielen kann. Wie zum Beispiel Iens Balladen, C-Holli, Seidenstraße und noch viele, viele mehr. Was wir neben den ganzen Events natürlich nicht vergessen dürfen und dem KVK, das sind die Kommandanten selber. Und es gibt hier eine Vielzahl von Kommandanten. Das sind goldene Kommandanten. Das ist die höchste Rarität, die es gibt. Dann gibt es Lilene, Blaue und Grüne. Grüne sind quasi die normalen, die sind nicht wirklich stark. Die seltenen, die sind schon ein bisschen stärker. Die Lidenen sind dann schon recht gut. Und die goldenen sind natürlich dann das Beste, was ihr haben könnt. Ein Kommandant kann bis auf ein Level von 60 gehen, von 0 bis 60. Und kann verschiedene Fähigkeiten bekommen, wie man hier unten sehen kann. Und die muss man leveln. Einen Kommandanten hoch zu leveln, der gold ist, dauert relativ lange. Es macht aber ziemlich viel Spaß, diese zu leveln und dann in verschiedenen Stufen auch testen zu können. Es gibt eine riesengroße Auswahl an Kommandanten selber. Das können wir uns ja hier einmal angucken. Gehen wir mal nach der Rarität, nämlich die goldenen zuerst. Und wir sehen hier, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viele gibt. Hier sind wir dann bei den Lilanen. Nennt man auch epische Kommandanten. Die seltenen. Und zum Ende die normalen. Hier gibt es natürlich auch ein paar Kommandanten, die ihr vielleicht kennen solltet aus irgendwelchen Filmen oder der Geschichte. Da haben wir Julius Caesar zum Beispiel, Attila, Leonidas und seine 300, Mulan und der gute Lanzelot und noch viele, viele mehr. Kommandanten sind das Wichtigste in diesem Spiel, denn je stärker eure Kommandanten sind, umso stärker seid ihr. Ausrüstung gibt es ebenfalls, die ihr den Kommandanten anlegen könnt. Auch hier ist das nach Farben unterteilt. Grau ist das niedrigste, was man haben kann. Dann kommt Grün, dann kommt Blau, dann Lila und dann Gold. Auch das ist eine Sache, die sehr aufregend ist und die sehr, sehr viel Spaß macht. Es ist einfach im Großen und Ganzen gesehen ein sehr, sehr umfangreiches und komplexes Spiel. Man kann viel, viel erleben. Man kann vieles machen. Am meisten Spaß macht das Ganze natürlich, wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht. Und da gibt es natürlich dann auch das Bündnis und auch verschiedene Wege, wie man über andere Plattformen miteinander kommunizieren kann. Wie beispielsweise Discord, WhatsApp oder ähnliche andere Messenger. Das Bündnis ist aber nach wie vor das Wichtigste in diesem Spiel, denn ohne das Bündnis könnt ihr nichts gemeinsam erreichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel wurde euch jetzt damit ein bisschen besser erklärt. Und ihr wisst, worum es hier in diesem Spiel geht. Der Zusammenhalt ist das Wichtigste. Dass man zusammen etwas erreicht. Man kämpft zusammen, man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das Wichtigste.